Es liegt in unserer Natur, dass wir dich immer beschützen wollen. Notfalls vor dir selbst. So wie ich es bei deinem Bruder hätte tun sollen. Vincent ist wieder hier. Nur für ein paar Tage wohl. Ich habe das schon geklärt. Rebecca, ich verstehe dich ja. Warte mal, Mann! Aber es ist besser, wenn er nicht da ist. Dann können wir alle wieder ein normales Leben führen. Was für ein normales Leben denn, hä? Haben die das alles gemacht? Kommst du mit? Meinst du das ernst? Vincent, meinst du das ernst? Ja. Mann! Meinst du das ernst? Ent preocupierst dich! Los schaff! Los schaff!! Oh, 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 oh! Hast du immer noch Angst vor mir? Ja, hab ich. Verstehst du warum? Ja, hab ich.